Hier haben wir eine wunderschöne Tasche. Diese Tasche ist also besser als ich gedacht habe. Erst beim Bestellen habe ich mir gedacht, die Tasche ist total dünn und minderwertig. So habe ich mir gedacht, ich bestelle sie mal, schaue ich mir mal an, habe ich gedacht. Aber nein, die Tasche ist wirklich sehr, sehr gut verarbeitet. Die Verlängerung kann man da ein bisschen verlängern. Es gibt zwei verschiedene Größen natürlich. Einmal für molligere Frauen, einmal für dünnere Frauen. Die Reißverschlüsse sind aus Metall. Die Griffe und die Zähne, so sage ich jetzt, sind komplett aus Metall, der Reißverschluss. Innen ist nochmal ein Reißverschluss, der ist aus Plastik. Also innen drin, eine Tasche. Die Tasche selber ist sehr dick. Also für so eine Tasche ist es wirklich dick. Ungefähr, sagen wir mal, vielleicht halbe Zentimeter dick und richtig gepolstert ist es. Also nicht so dünn, sondern richtig gepolstert. Und das ist nicht schlecht. Also für so eine Tasche ist es wirklich sehr gut verarbeitet. Ich empfehle diese Tasche. Fünf Steine gibt es von mir. Also mehr gibt es da will ich nicht zu erzählen. Es ist sehr robust, sehr, sehr dick gepolstert. Metallteile sind dran. Also sehr gute Tasche.